Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Grüße gehen erstmal raus an Marc-Christian Hermobartjes, KKLP, Penel Gamer und den Subitori. Der Subitori hat gefragt, wie sieht es eigentlich mit GameGuru bei dir aus? GameGuru habe ich wieder vor, ein Projekt, dauert aber noch ein bisschen, da ich gerade so viel zu tun habe und viel zu viel wieder gleichzeitig mache bei YouTube. Auf jeden Fall werde ich wieder GameGuru machen, weil das einfach ein geiles Programm ist. Gut, ja, was geht heute ab in Star Wars Battlefront 2 an diesem wunderschönen Freitag? Und ja, einige Bundesländer, ich glaube das sind mehrere, gehen heute in den Sommerferien. Also alle, die heute Start der Sommerferien haben, denen wünsche ich auf jeden Fall wunderschöne 6 Wochen. Guckt nicht die ganze Zeit YouTube, genießt die Ferien. So, wir haben wieder tägliche Aufgaben, würde ich gerade sagen, zeitlich begrenzte Aufgaben und zwar Jaulende Bestie. Geile Aufgabe auf jeden Fall, 5 Gegner mit beliebiger Granate besiegen. Ah, das kriegen wir hin. Dann der Spezialauftrag. 5 Minuten als Spezialeinheitsspielen, das kombiniert sich nicht gut. Dann löscht das Licht. 5 Helden der Hellenseite besiegen. Heißt, wir starten heute mal wieder mit Helden versus Schurken. Yippie, juchaj, hey. So, Multiplayer, Helden versus Schurken und der ganz normale Modus. Ne, sonst wird mir das zu schwer. Boah, direkt was gefunden. Gut. Der Mark schimpft, dass ich mir den Skin geholt habe und ich soll nicht rumjammern, wenn bald die neue Season beginnt und ich mir die Helden nicht leisten kann. Du hast völlig recht, Mark. Du hast völlig recht, aber ich habe gesagt, ich spare dafür und wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Wir haben auch schon wieder fast 5000 Credits zusammen und ja, ich versuche viel zu sparen. Ich gebe alles, ich gebe alles, dass wir uns dann auch noch einen Helden leisten können. Die machen die halt so teuer, damit man diese scheiß Kristalle kauft, aber ich werde mir nie einen kaufen. Gut, ähm, Helden, Helden, oh komm, die nehmen wir alle weg. Jetzt habe ich nur noch die Affen hier, aber Aiden, Aiden, Aiden macht ja bald ein Dings, ein, äh, äh, ähm, ich wüsste schon. Ein, äh, Level Up. Sehr schön. Die brauchen nämlich ein paar Pünktchen noch. So, es wird doch ein Spieler benötigt, macht nichts, die Sekunde warten wir. Das ist aber blöd hier jetzt, ne? Mit Elden bin ich auch nicht gut. Ähm, jetzt haben sie mir die ganzen schönen Jedis weggenommen, bösen Jedis. Macht aber nichts. In 30 Sekunden knapp geht's los. Fähigkeiten anzeigen, ich lasse mir die Nummer anzeigen. Hier, Druidenbetäubung. Aiden schickt ihren Druiden zu einem Gegner vor ihr. Das Ziel wird betäubt und der Betäubung kann auf Gegner in der Nähe überspringen. Ein enorm durchschweißkräftiges Gewehr mit dem Rahmen des DLT 20A. Die Schüsse werden für maximalen Schaden aufgeladen. Ein Druid erzeugt ein Schild um sie herum. Ja, blablabla, das kennen wir ja. Okay, 10 Sekunden noch. Also wir sollen ja jetzt... Ach man, warum habe ich hier gerade Aiden bekommen? Fünf Jedis töten. Liebe Jedis. Das müssten wir aber irgendwie hinkriegen. Machen wir für 3, 4, 12, 30 Runden. Auch als Aiden kann man natürlich einen Kill machen. Boah. Mega böse Kombo, ey. Nur Aiden passt da voll gar nicht rein. Shui und Han. Und der kleine Minio da wieder. Oh, der ist immer so anstrengend. Los, lauft! Traumatische Einleitung wird ausgebildet. Die größten Hürden der Galaxis. Wir der tödlichsten Schotten. Alle in einer griffischen Schlacht für die Ewigkeit. So, ich weiß nicht, wo die herkommen. Da bin ich noch nicht oft gewesen. Das war mein erster Kill. Haha. Und, Level ab. Wow, das geht aber ab heute. Ah, der ist geil, der Sekundärschuss. Wir bleiben schön zusammen, Leute. Wir bleiben schön zusammen. Ihr hört mich zwar nicht, aber... Wo denn? Was sieht denn da Shui aus? Sind das alle von euch? Boah. Wow. Schild aktivieren. Da bringt ja nichts Schild, ne? Da kommt der Laserschwert durch. Okay. Charakter wechseln. Können wir vielleicht einen neuen nehmen? Seit Blut, Skywalker, ist alles schick gegangen. Du bist das nächste Ziel. Ja, verdammt. Warum denn als Aiden? Da ich doch nichts habe in Chunk. Boah, buf. So, ihr müsst den platt machen und ich verpissele mich. Verstecken bringt nichts, ne? Oh, ich habe mich jetzt erschrocken. Was? Ich habe es gerade getroffen. Tötet das Ziel doch. Wir kommen und holen dich. Warum schützt mich denn keiner? Ja! Ich habe mich selber gerettet. Aber mit Hilfe. Oh, ich habe überlebt. Ey, wie genial. Schön. Ich bin immer besserer Held. Okay, muss das dauern. P0 Game hat mich gestern ausgeschimpft, weil ich ein bisschen angegeben habe. Ich bin immer besser. Ich bin immer besser. Ich bin immer besser. Boah. Das hat gesessen. Der Zoom ist viel zu heftig. Also ein bisschen... Scheiße hier. Boah. Oh, 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 oh. Einen auf die Nass. Nuss. Nass. Okay, Aiden hat ein Level ab. Willen wir mal ein bisschen bober. Mal wieder ein bisschen umdenken. So, wir machen die ganz schön fertig. Ich habe erst zwei Kills, das ist nicht gut. Aber wenn ich jetzt ein Ziener gekriegt hätte, wäre ich wahrscheinlich besser. Da kannst du ja mehr Haut drauf machen. Sie, boah, gehen wir ab, ey. Ah, nee, da sind wir ja gar nicht gewesen. Hä, ich habe doch kein Image gemacht. Wo ist er denn? Was, du stinkst nach Solo? Oh nein, er hat mich runtergeschnissen. Aber mit dem komme ich gar nicht klar. Oh, das weder. Klick, 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 klick. Nein, wieso klaut mir das weder? Wieso hat denn jeder immer Vorrecht? Oh, das gibt es doch nicht. Oha. Schon wieder fast down. Die opfern sich ja eigentlich eher, ne? Okay. Knapp überlebt. Was macht der denn da oben? Ziel geortet. Deine Mission. Ach so, ein Arsch. Mann. Dass du keinen Jedi frei hast, das ist der Wahnsinn. Die einzige, die irgendwie Damage machen kann, ist hier, mit der ich Damage machen kann, ist hier blöde Aiden. Komm, schau es doch auf. Ich höre einen Chewbacca. Oh, fuck. Nächstes Ziel bin ich. Mein Geschenk an euch. Ich bin bereit. Nummer drei. Ich müsste beide töten jetzt hier. Was ist das denn für ein Clown? Ich finde sie ihren Mangel an Glauben verknüpft. Was? Ernsthaft? Ich habe da noch voller P gehabt. Und auf Wiedersehen, Shui. Okay, ey. Ich würde zwei Kills machen, wenn ich einen dummen Jedi kriegen würde. Jetzt haben wir erstmal drei. Wir müssen ja ganze drei Runden dafür spielen. Blödsinn. Mein Gott, der kann mich aber auch nicht leiden, dieser kleine Pille-Mann, ne? Oh. Hahaha. Ich dachte, der fällt runter. Gib mir doch, ey. Die sind eindeutig beliebter, ne? So. Ach, ploffe ich falsch. Drei Kills. Ja, natürlich, ne? Wenn man besser mit Chewbacca und Chewbacca klarkommt. Aber hier ist immer so gefährlich. Hat ein Depp da oben, ne? Also ehrlich. Sehr gesichtet. Schwerer Waffe hier. Boah. Das entlädt automatisch. Das nervt. Wer denn? Jawohl. Viel Kills. Oh, kann doch nicht sein, dass ich schon wieder das nächste Ziel bin. Quillt man sich aber einen zurecht hier? Leidet. Boah, Alter, was hält denn der kleine Wurm aus? Hier wechselt auch keiner mal. Oh, Mann. Ich brauche ein Das Weder oder sowas. Mit dem Kriegweg-Skills hin. Vernünftig. Gegner markiert. Ich würde da ein einziger fehlen. Ich weiß es jetzt schon. Nein. Ich meine, Überhitzung. Sonst hätte ich ihn gekriegt. Boah. Was soll ich denn da machen, ne? Das sind drei Lümmels. Oh, die halten sich aber wacker, ey. Naja, ihr wechselt keinen Arsch. Wir bleiben meistens immer ein, treu. Ne? Das war's. Oh, ist das weit. Oh, wegen einem einzigen muss ich noch zwei Runden spielen, dann. Kommt er ja nicht hoch. Wieso treffe ich den nicht? Wo bin ich denn gelandet? Alter, die überleben da oben, aber wacker, ne? Scheiße, ich... Oh, das ist jetzt spannend. Nein, wir haben es geschafft. Verdammt, das wusste ich für einen blöden Helden nochmal die Runden spielen. Wie fies. Man macht aber nix. Macht ja auch Spaß. So. Ein Level ab. Stufe 14. Herausforderungen sehen gut aus. Oh. Ich finde wieder einen Spieler. Juhu. Nun brauchen wir einen Update, damit er die Karten alle blau machen kann. Das könnte er auch. Oh, ich finde es drei. Heftig. Die, 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 die. Wisst ihr was? Wir gehen raus. Und suchen nochmal eine neue Runde. Vielleicht haben wir ja Glück. Und landen wieder auf der dunklen Seite. Wir können das Ganze nicht beschleunigen, will ich nicht sagen. Ist ja keine Arbeit, die ich hier mache. Aber schnell noch den einen Kill hinlegen. Das wäre toll. So, Ladebildschirm der Unendlichkeit, oder? Oder wie, oder was? Sehr gut. Äh, spielen. Helden versus Schuhe. Was ich noch machen will, ah Mann, verdammt. Ist, äh, in der Karriere. Sternenjäger. Da haben wir noch richtig viel Thalas zu holen. Da habe ich noch nicht viel geschafft. Da sind manche Erfolge kurz vorm, vorm Ende. Und da könnte ich richtig was raushauen. Passt doch. Los geht's. Das ist ja 40.000 kostet, ne? Der hat zwar keinen Umhang um und eine Narbe, aber das ist auch alles. Den finde ich aber eigentlich am coolsten, ehrlich gesagt. Und unmaskiert sieht der ja aus wie, keine Ahnung, Nasenmann. Aber die sollen sehen, dass ich einen epischen Skin habe. Obwohl, den hat, glaube ich, jeder, ne? Da haben wir den Helm ab. Jedoch zeigte sich, dass er ein Trottel war. So, zwei Sekunden noch. Martin, Ua, los. Blablabla, lad mal nicht rum, wir wollen töten. Einen, einen muss ich töten. Wenn ich das nicht hinkriege, dann weiß ich aber auch nicht. Gott, der passt auch so überhaupt nicht da rein. Obwohl, ich mag ihn eigentlich, er hat mich überzeugt in dem Film. In dem zweiten vor allem. Was machen wir? Hallo? Na ja, schießende Einheiten. Was ist das Ziel? Was? Da war er. Die Nummer 5. Sie hätten auf ihr Rücken aufpassen müssen. So, eigentlich sind wir tot. Oh, da kommt wer. Boah. Boah, man ist ja auch eine halbe Stunde gestunnt, ne? Ehrlich. Was haben wir denn noch? Ja, nichts Besonderes. Schwerer Verlust für die dunkle Seite. Boss, mach mal ein Level ab. Ich würde gerne das weder spielen. Du bist das Nächste Ziel. Boah, er macht trotzdem Damage. Auf Wiedersehen. Oh. Macht das Ziel tot. Scheiße, das ist immer. Oh, da habe ich das grüne Laserschwertchen gesehen. Ich bin feige und stehe hier oben rum und danze. Macht den doch tot. Oh nein, da kommt ein Yoda. Da, Boba. Boba, Boba, Boba. Yoda, Yoda, Boba. Macht den doch tot. Hier runterfallen ist kacke, ne? Oh, wie hat er das denn so schnell geschafft? Hat er den Meister gefunden. Okay. Der hat mich tot gemacht. Das war mir wichtig. Ist er nicht gestorben? Man so wurde besiegt. Doch, warum kriegt man dafür keine Punkte? Mr. Ziel. Einfrieren, ran vorbei, ziehen. So machst du die Echtblatt, der haut ab. Feiger Hund. Wir hüpfen mal nicht durch diesen Strahl. Also, der will mich jetzt... Ich weiß, was der will. Oder? Da brauche ich nichts mehr machen. Sehr ausgeglichen. Feige Rummischießerei. Er weiß ganz genau, dass wir jetzt kommen. Ich glaube, das... Mann. Okay, Yoda, Cecile will mich runterstoßen. Dann könnte ich einen drauf lassen. Aber ich kann ja Glück haben. Ich habe es gewusst. Und ich stelle mich auch noch neben ihn. So. Schwierige Ecke da, ne? Boah, was für ein Raum, ne? Mal gucken, ob wir gleich noch einen anderen Charakter kriegen. Er sieht mich nicht. Doch. Chewbacca wurde besiegt. Ja, wen haben wir denn da? Das ist doch schnell. Es sah so aus, als würde ich noch mal länger durchhalten. Boah. Was schießen denn immer? Wo ging er denn ran? Mann! Ich bin es, hinter dem du hier bist! Die Macht ist stark. Du bist es. Aua. Dreck hier. Oho. Hat er außer Sehen mich mitgetötet? So, wie sieht es aus hier? Nur Müll übrig. Ich bin aber nicht gut, ey. Aber mit dem Einkill haben wir immerhin. Wow. Was ist denn das denn? Alter, jeder... Jede Attacke von mir wird unterbrochen. Aber wenn ich eine Attacke mache, dann kann ich nichts durchbrechen. Wie kommt der überhaupt da hoch? Der Hani. Ich bin sehr unzufrieden mit dieser Runde. Die sind zu gut. Noch mehr verloren, Herr Schultz. So. Der Imperator verlangt deine Auslösung. Muss der jetzt sein. Besiegt? Scheiße. Du bist das nächste Kack-Zier. Können wir was versuchen. Nicht funktionieren. Was selber umgebracht? Ah, da rennt er vorbei. Du langweilst mich. Nicht leistig. Nein, da ist noch einer. Wie hat der mich denn getötet? Jetzt sag mal ehrlich. Der lacht doch auf dem Boden. Keine gute Entwicklung für Bubba Fett. Deine Mission wird scheiße. Hä? Wie dumm, ne? Aber du bist ja zwar miteinander gestunt. Aber das habe ich ja immer selber gemacht. Ein Kaffee. Uli. So. Nein, der macht nix. Der macht einfach nix. Der liegst ja jetzt halt auf dem Boden. Einen noch. Okay, das ist ja fair. Die sind gut. Kämpf bis zu deinem Ende. Boah. Wer hat das denn gemacht? Alle Fähigkeiten an dem blöden Han Solo aussah. Der liegt auf dem Boden. Wie viel Granate. Das habe ich noch nie hingekriegt. Boah. Das schreibt mich doch nicht so. Da ist überhaupt keine Sau. Au. Und da ist es dann, das ist dann, das ist dann. Boah. Boah. Einen offensichtlich. Aber man steppt hier schneller, als man gucken kann, ne? Das würde mir nicht viel bringen. Das ist scheiße. Finde ich nicht gut genug. Da. Das schaffen wir nie aufzuholen. Teil des Plans. Au. Au. Guck mal, da wird ja meine Fähigkeit unterbrochen. Wieso können die denn sowas? Oh. Depp. Depp ist runtergefallen. Dele, 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 dele. Das Judy. Enttäuscht mich nicht. Du bist nichts. War ein Hutanfall. Boah. Das wären unsere fünf gewesen in einer Runde. Tatsächlich. Oh. Ziel wurde besiegt. Ich habe es gesehen. Das schmerzt sich so geil an. Nächster Ziel. Kann nicht weit sein. Wir haben auch nicht mehr viel HP. Ziel gesichtet. Ziel erledigt. Wird so einfach so, ne? Ich weiß. Oh, nee, ne? Letzter. Letzter, weißte? Das Imperium ist gefallen. Wir werden es nicht tun. Du hast dein Bestes getan. Mit mal ein bisschen HP. Jetzt habe ich so voll HP. Ich beschütze mich. Tötte das andere Ziel. kein Risiko eingehen. Jawohl, danke. Danke. Ihr seid einfach gut. Nein. Nein. Oh nein, ey. Kann doch nicht sein. Identifizieren Sie. Okay. Okay, ich war aber nicht das Letzte. Ich bin das Letzte, aber nicht da. Uh. Das waren anstrengende zwei Runden. Heftig. Aber Spaß. Spaß. Spaß hat's gemacht. Davon hat's aber nicht gereicht. Boah. Boah. Mit Chewbacca? Ah, der sieht's nicht so doll aus. Na, 11.000. Immerhin. Bewegung ist ja stramm. Nächst zum nächsten Level. Okay. Jetzt gibt es die nächsten beiden Errungenschaften, die wir machen wollen. Ich müsste es jetzt geschafft haben. Also es waren neun, die wir platt gekriegt haben. Total wenig in zwei Runden. Da ist er. 500 Kredite. Zeitlich begrenzte verfügbar in 17 Stunden. Fünf Gegner mit beliebiger Granate. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch nach Spaß an. Nein. Nein. Multiplayer. Schon richtig gewesen. Angriff. Galaktischer Angriff. So. Ein paar Dollar verdienen. Immer noch keine Wissen. Wunderbar. Da könnte ich euch das ja in der Zeit zeigen. Nicht Truppler, Blödsinn. Sternjäger. Da ist noch viel zu schaffen. Katschük. Ja, wunderbar. Kann man so besonders gut Granatenkills machen. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob der Granatenkill von Granatwärfer zählt. Beliebige Granate steht da. Ein 5 Minuten Spezialrat irgendwo in der Ecke steht und kriegt auch jeder hin. Okay, ich glaube die Runde läuft schon. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ja. War ein bisschen Zufall. Rogar, roger. Okay. Jetzt müssen wir erst ein Pünktchen machen. Kontaktgranate. Die macht ja irgendwie Ninkel. Vernünftig. 5 Minuten Spezialrat ist ziemlich lang, ne? Weil ich schaffe ja ungefähr so 10 Sekunden. So. Weil wir da zielen. Blödsinn. Immer noch den Dings aktiviert. Den Sekundärschuss. Ah, wo war denn das Geschütz? Ionschaden an eine Transporte. Jetzt hat man so den Eindruck, dass das stark ist. Ist es aber nicht. Was sind denn die doofen Klone? Da ist einer. Moment, kein Magnet fällt hier drunter, dass es den Roboter kaputt macht. Hört ihr auf damit. Die Multitruckentransporter verteidigen. Verbrechen. Ich glaube nur ein Assist. Immerhin. Reitet der auch hier rum. Selber schuld. Ich glaube nicht. Oh, der Schuss war schön. Oh, bin ich überhitzt, ey. Wir sind ziemlich weit vorne, ne? Aber wir müssen dann auch so weit fahren. Das sind ja drei. Ne. Der eine hat sich ja oft gelöscht. Ne, der ist immer noch. Heftig. Zap. Na, öfter drauf. Hüpf, hüpf, hüpf. Los geht's. Er hat auf mich geschossen, ey. Aber... Da ist einer hier drin. Hüpf. Hüpf. Ist einer hier drin? Mein Gott. Panikattacke. Wollte zielen. Der MTT wird für mich nicht töten wollen. Die MTTs verteidigen. Ja. Boah. Töt mich fast selber. Ich hole ihn mir. Wie gesagt, getan. Aua. Immer noch leben, ey. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Also das müsste eigentlich als Granatenkill zählen, meines Erachtens nach. Aber wie gesagt, hier Katschuk ist jetzt nicht so die beste Map dafür. Okay. Attacke Hü. Man nimmt hier fast aber auf dem laufenden Band irgendwas, ne? Die Republik hat einen neuen Verbündeten. Lass man mal auf gut Glück. War aber nichts. So. Katschuk ist schon lange nicht mehr gewesen, ehrlich gesagt. In jedem Fall nicht erfolgreich. Sturmangriff. Wo ist denn den Zoo einer? Erledigt. Hat er mir geklaut, den Kill. Bomber verfügbar. Das ist eine gute Sache, denn... Denn wir sind fast level up mit dem Bomber und das fehlte noch. Ich glaube, der war level 11. Jetzt muss ich nur Glück haben und was hinkriegen, ne? Okay, dann müssen wir aber was treffen. Das ist das Problem. Die Bomber ist so langsam. Da ist er schon. Das war's mir wert. Ich hab wieder plus minus 478 Punkte, was auch immer das bedeutet. War ein hässiger Bomber, ey. Schönen Zeitlutenflug. Na komm, die zwei Raketen werden's ja wohl machen, oder? KI platt machen. Nö. Ja, ich sorge dafür. Da ist er noch. Boah. Was? Was? Wo? Irgendwie krieg ich keine Punkte. Finde ich ein bisschen seltsam gerade. Weiß ich nicht, wo die Sendung ist. Obendrauf ist irgendwie einer. Fettabomber. Äh, der ist jetzt Stufe 12. Stufe 12. Äh, äh. Markiert nicht eine Sau, was da? Äh, was? Wir müssen uns für unseren Angriff auf den Kreuzer bereit machen. Tu's nicht. Ich will leben. Äh, feuer. Wieso? Wieso? Irgendwie zählen meine Punkte nicht, was ich ziemlich kacke finde gerade. Oh, oh, oh. Na gut, lieber ich selber als ein anderer. Punkte haben aber gezählt. Sehr schön. Sprengsätze haben, wenn sich Jogger noch platziert. Der hat eine Granate. Überwache Energie Aufladung. Schöner Flug war das auf jeden Fall. Überwache Energie Aufladung. Ach, der hat gar keine Granate. Scheiße. Die Republik hat den östlichen Turbopanzern wiedergekündigt. Die einzige Stelle, wo man jetzt mal wieder was mit Granaten machen könnte. Ich will jetzt mal einen Furz hin. Ich bin eh getötet. Stehe da rein. Schieß doch. Ihr dürft durch den Schuss. Ja, der hat eine Störung durch die Republik. Ist ja immer rot. Ich verstehe das bis heute nicht. Komm nicht. Ich höre mal ein bisschen Dampf ab. Was war das? Zwei heftige Treffer. Letzte Aktivierungssequenz eingelassen. Zerstörung zwischen Jogger Nord steht unmittelbar bevor. Explosion. Ja, die 500 Punkte kässe ich ein. Und wer war da? Der andere schon down? Ne, der ist noch gut. Was wollen die denn jetzt hier? Ist doch nichts mehr. Ist ja nun mal, bin ich lebend rausgekommen. Interessant. Ich glaube, der lag gut. Hätte ich davor. Feind er fast nicht. Das ist, dass man sich selber den Weg blockiert damit. Ich will kein AP verlieren. Aua, aua, aua. Aua, aua. Komm. Boski. Einfach einen Schiss rein. Über Bande. Schön daneben. Davor und dann rückwärts rein. Mann, der war rot. Was soll ich machen? So. Über Bande. Ich will über Bande. Jetzt. Das war nicht geplant. Jetzt wollen wir einen Sprengstofftypen. Warum habe ich denn den verbesserten Thermal-Detonator equipped? Der wird dämlich. Buh, buh. So. Hier hast du noch eine Chance, die 5 Kills zu machen, weil sonst ist das viel zu weitläufig alles. Ehrlich? Hier geht es nicht um die Credits. Oh, das war dumm. Boah. Aber liegen geil, ne? Also, leider ohne Erfolg. Acht Stunden Lendung. Das wäre mir ja fast peinlich, aber ich habe hier nicht gesehen. Also. Hätte es aber was werden müssen. Keine Kills, ne? Gebt eine HP, ey. Was ist das denn? Sie kommen. Ja, die Effizienzwertung hängt davon ab. Aber die interessiert mich doch gar nicht. Ja, Explosion. Wow. Man sieht nicht, wo die hinfliegen, richtig. Komm ein. Attacke, hü. Ich habe gut Punkte gemacht. Ich habe noch nie einen Granatenkill gemacht. Das ist das Lustige daran. Das ist halt die Map, ne? Was willst du denn machen? Oh, Termineploder, ne? Ne, doppelt. Oh, so ein Arsch. Ich wundere mich gerade, warum die ganze Zeit nicht levelt. Wir sind doch Endstufe. 70. Boah, 10.000 Punkte schon. Hab ich das denn gemacht. Fliegen wieder, ne? So, Schuhe. Beliebige Granaten. Man lief es ja gerade rum. Mann. Wow. Mann. Da wollte ich gerade in Deckung gehen. Kann mir wahr sein. Roger, roger, roger. Ich hoffe, danach kommt Todesstern oder sowas. Sonst kommst du nie auf deine 5 Granatenkills. Ach, wir müssen doch mal Spezieleinheit spielen. 5 Minuten. Können wir uns ja leisten. Können wir 5 Minuten Zeitziehen machen. Hab's aber auch nie durch, da, ne? Wir denken, ach, haben wir doch schon ein paar Mal getroffen. Auf dem Dach. Keine Chance. Keine Chance. So, Spezialeinheit. Held kriege ich ja eh nie. Bosk. Okay, komm in den Bosk. Danach können wir die Spezialeinheit erledigen. Geht ja erst 45 Minuten die Folge. Was? Warum redet die Zeit denn mal so? Ist der Bosk nicht eine Spezialeinheit in dem Sinne? Scheiße, hab ich doch gar nicht. So, Selbstmord wieder hier. Nehmige Granaten. Aua. Setzt eure Stärke sparsam ein. La 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 la. Was ich jetzt machen soll? Ich würde gerne den Granatwärverwärter nutzen. Boom. Nein, Gott, nee. Setze Toxine frei. Wie sau siehst du hier. Oh, hat ein Kill gemacht. Ich komme euch holen. Den hab ich nicht gesehen. Das war fies. Hab ich fast geahnt. Weil jetzt hab ich keine Fähigkeit. Ihr müsst das mal langsam... Ihr müsst das mal langsam... Zielorientiert. Boss, Stufe 7. Genial. Steht in der Schütze, ey. Ich kann dir merken. Meine Klaue an deiner Kehle. Ganz hoff, das ist jetzt wieder kein Mensch. Das ist jetzt wieder kein Mensch. Bitte schon. Keine Zeit zu bleiben. Nein. Ja, mich trifft aber auch im laufenden Band irgendwas. Was? Wie haben sie das hier geschafft? Ach. Die Heads. Vielleicht. Beide. Wie 부분 ist das wohl wahr? Magistri? Was ist das wohl wahr? Was ist amieken? Was ist das wohl wahr? Wo seid ihr? Warum seht ihr der Kopf? Schade. Waren vier Granatenkills in dem Sinne. Wir kommen zu spät. Boss ist richtig gut, ne? Leider weiß man nie den Fortschritt. Das ist scheiße. Major Rob Ross. Schön, ne? Bomber hat ein Level ab. Der hat ein Level ab. Herausforderung kann man leider nie lesen. Oh, guck mal hier. 25 Gegner mit Bossfähigkeit. Doxys Granate. Dioxys Granate. Punktestand war gar nicht so schlecht. 14 Tau fast. Teile haben wir bekommen. Oh, guck mal, wir sind schon schnell, ne? Richtig geil. Bald gibt es ein Level ab. Das gibt es nochmal. 1000 Credits. Also, ich hoffe, dass wir zur nächsten Season besser... Oh, Crate! Ich glaub's nicht, Crate! Beat! Geil! Geil! Quit! 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 Quiiiit! Det ist ein actively. liegen. pitches, inv Leonardometrische nach vorne. Warum denn so leer? Will keiner Crate spielen? Warum? Also jetzt müssen wir hier mal was ändern. Achso, der hat ja nicht aus so sehr Blödsinn. So. Brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht? Warum will denn keiner Crate spielen? Kann ich nicht. Keiner will Crate? Auf der ganzen Erde will jetzt keiner Crate spielen? Hä? Das habe ich noch nie gehabt. Also nicht deswegen Crate, aber dass keiner mehr dazu kommt. Das ist ja bestimmt irgendwie geblockt oder sowas. Das ist aber ärgerlich. Nein, da kommt mal ein Crate und dann geht's nicht. Ach komm, scheiß drauf. Wir suchen uns eine neue Runde. Kein Bock mehr zu warten. Wir brauchen eh den Todesstern oder sowas. Außerdem können wir jetzt mal gucken, was uns fehlt. Ob Boss vielleicht gezählt hat? Die Spezialein hat gezählt? Nein, nichts hat gezählt. Witzig ey. Okay. Obwohl. Ich habe eine andere Idee. Das geht schneller und effektiver. Eine wunderschöne Runde Angriff. Da wird es nur Bumm Bumm gemacht. Und es gibt Spezialeinheiten. 6.296 Kredite sind in unserer Tasche. Wunderschön. Wenn wir mal eine Runde finden. Was fehlt uns denn hier noch alles? Ja, erfahrene Vollstrecker. Fehlen auch nicht mehr allzu viele Punkte. Erfahrener, schwerer Truppler. Veteran. Das dauert 661.000 Punkte. Gar nicht übertrieben. Sind die Server irgendwie down oder sowas? Man fehlt absolut keine Runden gerade, ne? Da. Endor. Das ist jetzt nicht die beste Granaten-Map, ne? Ärgerlich. Obwohl, Quatsch. Wir sind ja im Angriffsmodus. Bin jetzt wieder voll im galaktischen Angriff. Blödsinn. Baum, Baum. Du, 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 du. Sind wir schon bei 53 Minuten. Es tut mir leid, dass sie wieder so lang geht. Aber manche freuen sich ja noch. So, ne. Ne. Ist irgendwie Wartungsarbeit? Aber auf dem Freitag machen die doch keine Wartungsarbeiten, oder? Heute ist der Wurm drin, würde ich sagen. Ein Versuch noch. Dann mache ich einen Cut. Weil geht eh schon zu lang. Nochmal galaktischer Angriff. Vielleicht gibt es ja überall... Wir haben jetzt gleich 9 Uhr Frühstück. Okay, wir haben nicht eine Sache davon geschafft. Ey, Wahnsinn. Warum denn 300? Sind das 300 Sekunden, 5 Minuten? Ja. Nein. Doch. Jaulende Best hier. Irgendwie stimmt was nicht. Und ja, weil die Folge ist eh schon so lange, machen wir es einen Cut. Bis zum nächsten. Sorry. Ja. Ja.